Endlich gibt es neue Umfrageergebnisse für Thüringen und Sachsen, wo ja schon am 1. September gewählt wird. Und wir wollen uns heute mit Thüringen befassen und morgen mit Sachsen. Und ja, schauen wir auf Thüringen. Und da ist der Stand der Dinge der heutige Freitag, also der 9. August 2024. Und das jüngste und neueste Umfrageergebnis kommt von der Forschungsgruppe Wahlen und stammt von heute, also vom 9. August. Und ja, nach diesem Ergebnis steuert die AfD auf Rang 1 zu und zwar sehr klar. Sie hat 9 Prozentpunkte Vorsprung auf die CDU und 11 Prozentpunkte Vorsprung auf das BSW. Und ja, mit 30 Prozent liegt die AfD auch klar oberhalb des Ergebnisses von 2019. So wie es aussieht, wird also die AfD unangefochten stärkste Kraft werden in Thüringen und das unter klarem Zugewinnen. Dahinter ist es ein durchaus enges Rennen zwischen der CDU und dem Bündnis Sarah Wagenknecht. 21 Prozent entfallen auf die CDU, die mit ihrem Spitzenkandidaten Mario Vogt Bodo Ramelow ablösen möchte als Ministerpräsidenten. Mit diesen 21 Prozent muss man allerdings sagen, liegt die CDU ja im Prinzip da, wo sie vor fünf Jahren auch schon lag. Es sind ganz minimale Verluste. Man hält mehr oder weniger das Niveau. Also so richtig besser als 2019 läuft es erstmal vom Prozentwert her gesehen nicht. Und sollte die CDU auf unter 21,8 Prozent fallen, dann würde sie sogar einen neuen historischen Tiefstand erreichen. Das Bündnis Sarah Wagenknecht wiederum liegt bei 19 Prozent, kommt auf Rang 3 aus dem Stand heraus und hat unter Umständen auch die Möglichkeit, die Ministerpräsidentschaft zu übernehmen. Das schauen wir uns dann mal gleich in den Koalitionsoptionen an. Mit 19 Prozent kommt das BESW auch aus dem Stand heraus auf ein sehr achtbares und starkes Ergebnis. Die Linke wiederum wird der ganz große Verlierer werden bei der Wahl, so wie es aussieht. 15 Prozent sind es hier aktuell noch, Rang 4. Es ist zwar ein zweistelliges Ergebnis, aber im Vergleich zu 2019 halbiert man sich oder es wird sogar noch mehr als ein Halbieren werden. Also für die Linke läuft es tatsächlich nicht gut und es ist, glaube ich, keine große Überraschung, wenn ich sage, dass Bodo Ramelos Tage als Ministerpräsident wohl sehr abgezählt sind. Ja, dann haben wir noch im Landtag vertreten die SPD. Mit sieben Prozent liegt sie unterhalb des Ergebnisses von 2019 und ja, damit würde sie einen neuen historischen Tiefstand erreichen. Also auch bei der SPD läuft es zurzeit nicht wirklich rund in Thüringen. Und noch schlechter sieht es für die Grünen aus. Die werden Stand jetzt aus dem Landtag rausfliegen. Mit drei Prozent liegt man doch klar unterhalb der Fünf-Prozent-Marke und auch die FDP wird aus dem Landtag rausfliegen, so wie es aussieht. Das ist in gewisser Weise noch dramatischer, denn bei der Forschungsgruppe Wahlen gibt es noch nicht mal einen eigenen Wert für die FDP. Die fallen da unter die Sonstigen, die insgesamt auf fünf Prozent kommen. Wenn wir auf Gewinn und Verluste blicken im Vergleich zur letzten Landtagswahl, dann haben wir den größten Gewinnbalken beim Bündnis Sarah Wagenknecht. Das ist, glaube ich, wenig verwunderlich. Plus 19 Prozentpunkte sind das. Bei der AfD sind es 6,6 Prozentpunkte mehr als bei der letzten Landtagswahl. Alle anderen Balken befinden sich im negativen Bereich, wobei bei der CDU mehr oder weniger das Niveau gehalten wird. Und ja, die Verluste der SPD nicht ganz so riesig sind mit 1,2 Prozentpunkten, aber man nähert sich in gewisser Weise ja der 5-Prozent-Hürde an. Ja, die Grünen liegen bei minus 2,2 Prozentpunkten, die Sonstigen verlieren stark, die Linke verliert am stärksten und wie gesagt, das ist ein Halbieren, wenn nicht sogar mehr als ein Halbieren, was da der Linken droht. Schauen wir mal auf die Sitzverteilungsprognose und die Koalitionsoptionen. 88 Sitze gibt es regulär in Thüringen, 45 sind für die absolute Mehrheit nötig. Die Linke kommt auf 14 Sitze, das BSB auf 18, die SPD auf 6. Dann haben wir die CDU bei 20, die AfD bei 29 und ein Sitz kann aktuell nicht zugeteilt werden. Der würde auf eine der in den Landtag einziehenden Parteien noch entfallen. Demzufolge ist es so, dass bei den realistischen Koalitionsoptionen nichts geht, zumindest wenn wir auf realistische Koalitionsoptionen blicken, die bis zur letzten Wahl galten. Und wenn man jetzt das BSW eben mit hinzunimmt, da gibt es ja Möglichkeiten, dass da auf Landesebene vielleicht doch was geht, auf Koalitionsebene betrachtet, dann könnte es vielleicht für das Bündnis BSW plus SPD plus CDU reichen. Sicher ist das tatsächlich nicht, denn dieses Dreierbündnis kommt gerade mal auf im besten Fall 45 Sitze und damit auf die knappste absolute Mehrheit, die überhaupt möglich ist. Es kann aber auch sein, dass dieses Dreierbündnis auf 44 Sitze kommt und damit die absolute Mehrheit verfehlt. Und dann ist man in einer richtig tiefen Patz-Situation drinne in Thüringen. Angenommen, es reicht für diese drei Parteien und man findet sich zusammen, dann dürfte es sehr entscheidend werden oder ziemlich entscheidend sein, wer am Ende Rang zwei holen wird bei der Landtagswahl. Und sollte das Bündnis Sarah Wagenknecht stärker werden als die CDU, dann wird das BSW natürlich auch erstmal den Anspruch haben, die Ministerpräsidentschaft übernehmen zu können oder zu übernehmen. Und ja, das könnte dann natürlich auch nochmal sehr, sehr spannend werden, ob die CDU unter diesen Umständen bereit wäre, in eine Koalition einzutreten. Also wir können mal festhalten, in Thüringen bahnt sich eine sehr spannende Situation nach der Wahl an, es scheint auf ein Patt hinaus zu laufen, eventuell wird das durch dieses Dreierbündnis BSW, SPD plus CDU verhindert werden, aber sicher ist das nicht und ja, es müssen sehr wahrscheinlich in Thüringen neue Wege begangen werden, um überhaupt über eine absolute Mehrheit zu verfügen. Und das soll es zu diesem Video gewesen sein.